und hallo willkommen zurück zu einem neuen unboxing ja das gehört auch noch zu habe ich auch heute mein geburtstag gekriegt hat und ja split 2 für die Nintendo Wii U weil ich halt keine Switch besitze das ist Splatoon davon das werde ich bestimmt auch irgendwann bald mal playen das ist die Disco und ja Werbung und halt was man sonst alles halt so kennt halt das typische naja ich hoffe euch hat das unboxing gefallen denn mehr gehts auch nicht so sagen sieht schön aus ja bis dann und schau